Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde zu Dividenden Titanen mit Rabatt. Teil einer Serie, wo wir nach Dividendenaktien suchen, nach zuverlässigen Dividendenzahlern suchen, die momentan durch eine außergewöhnlich hohe Dividendenrendite glänzen. Gucken wir, ob die Aktie tatsächlich günstig zu haben ist, ob sie ein erfolgversprechendes Investment ist. Und falls ja, freuen wir uns. Falls nein, freuen wir uns auch, weil dann haben wir was gelernt im Rahmen der Fundamentalanalyse und haben Grund zur Freude, dass wir hier nicht ins fallende Messer gegriffen haben. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Betreiber seit der Aktienfinder.net. Hier geht es uns um das langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und wir schauen uns ganz speziell mal ExxonMobil an, weil ich sage es schon mal voraus, das ist eine Aktie mit über 8% Dividendenrendite, die durchaus den einen oder anderen locken kann und dann schauen wir einfach mal hier, ist es ein erfolgversprechendes Investment, ist die Aktie tatsächlich so günstig, wie sie scheint, ist die Dividende sicher und dann gibt es auch noch ein kleines Fazit von mir. Die Auswertung hier zu den Dividenden Titanen mit Rabatt. Dividenden Titan, das heißt, das Unternehmen muss ein Schwergewicht sein, muss mindestens 50 Milliarden Euro Marktkapitalisierung auf die Waage bringen. BASF beispielsweise wäre hier für diese Auswertung schon eine Nummer zu klein, taucht also nicht auf. Die Auswertung an sich, die basiert hier auf dem Dividendenturbo, wo du sehen kannst, ob die aktuelle Dividendenrendite jetzt im Fall von 3M mit 4,25% höher oder niedriger ist als in der Vergangenheit. Siehst natürlich hier, dass es so ist, dass die Dividendenrendite momentan noch relativ hoch ist im Vergleich zur Vergangenheit, so hoch wie sie zuletzt in der Finanzkrise war. Und dann kann man das Ganze hier nochmal in Kennzahlen ausdrücken. Und dann haben wir hier, heißt Delta, der Dividende auf 12 Monate bezogen. Das heißt, verglichen mit der durchschnittlichen Dividendenrendite der letzten 12 Monate ist die Dividende aktuell um 0,7% höher als in der Vergangenheit. Also das heißt, vorher im Durchschnitt war die Dividende 3,55% hoch. Also im Durchschnitt der letzten 12 Monate, jetzt ist sie 4,25% hoch. Und wenn man dann hier nach diesen Spalten sortiert, dann kriegt man erstmal die Aktien ganz oben angezeigt, die högt ihr mit einer außergewöhnlichen hohen Dividende glänzen. Habt ihr jetzt eine Auswertung gemacht? Hier sind wir wieder bei den Dividenden, die Tarnen. Und da gibt es eine Liste auf meinem Blog, die ist frei zugänglich. Und da siehst du dann die 15 Aktien hier mit der höchsten Differenz, also mit der höchsten Delta, Dividende 12 Monate. Und ExxonMobil hat jetzt 2, oder da liegt jetzt die aktuelle Dividende um 2,29% höher als im Mittel der letzten 12 Monate. Ist also der Kurs sozusagen, hat nachgegeben, denn die Dividende ist stabil geblieben. Und so haben wir jetzt eine stolze Dividende-Rendite von 7,9%. Ich habe gestern die Screenshots schon gemacht zu dem Artikel, da war die Dividende noch bei, die Dividenden-Rendite lag da noch bei über 8%. Ganz offensichtlich ist der Aktienkurs wieder etwas angezogen. Aber wir sollen uns jetzt mal nicht weiter stören. Es geht auch hier ein bisschen ums Prinzip. Altria und AT&T, Platz 2 und 3, die habe ich im Rahmen dieser Serie, im letzten Monat behandelt. Kannst du dir dann auch gerne anschauen. Wir gucken uns jetzt mal ExxonMobil an und fragen uns da erstmal, ob Investments in Ölaktien wie geschmiert laufen, beziehungsweise wovon es abhängt, wie gut oder wie schlecht so ein Investment läuft. Da gibt es dann diesen Chart hier aus Tradingview.com. Und dieser Chart zeigt ja im Prinzip den recht offensichtlichen Verlauf oder die recht offensichtliche Korrelation, sagt man ja auch, zwischen dem Ölpreis hier, das ist die blaue Fläche, und den jeweiligen Aktienkursen. In Rot ist ExxonMobil und dann habe ich noch Chevron aufgenommen, also einen anderen Ölgaskonzern, weil der ja ebenfalls hier in der Liste Top 15 ist. Man sieht, dass die beiden ungefähr gleich laufen, diese beiden Ölkonzerne, und man sieht, dass sie in Summe ebenfalls gleich laufen mit dem Ölpreis. Der ist zwar sehr volatil, der Ölpreis, das heißt, der steigt und fällt stärker als die Aktienkurse, also hier prozentual auch gesehen, aber im Prinzip haben wir hier einen Gleichlauf. Wir sehen, dass der Ölkurs mal, der Ölpreis vor der Finanzkrise einen Hoch erreicht hat, einen absoluten Hochpunkt, und dann eingebrochen ist im Rahmen der Krise, dann gab es wieder ein recht beständiges Hoch beim Ölpreis, und seitdem wird es jetzt abwärts. Und hier hatten wir sogar mal, weil die ja in Futures gehandelt werden, mal negative Preise gehabt, was ja auch ein paar Depots gegen die Wand hat fahren lassen, aber das ist eine andere Geschichte. Der Ölpreis an sich, der steigt und er fällt, entsprechend steigen und fallen auch die Aktienkurse. Das ist nicht so, dass der Ölpreis dauerhaft steigt, und das ist jetzt im Prinzip schon, wenn wir uns die Frage stellen, ob Ölaktien ein gutes Investment sind, eher schlecht, weil dadurch, dass der Ölpreis nicht die ganze Zeit steigt, können auch die Aktienkurse nicht die ganze Zeit steigen, spätestens dann, wenn der Ölpreis wieder sinkt, dann sinken eben auch die Aktienkurse. Und das ist kein gutes Vorzeichen, um von langfristig steigenden Kursgewinnen zu profitieren. Woran liegt das? Das könnte man vielleicht nochmal erklären. So eine Ölgesellschaft, die hat, wie ich das mitbekommen habe, typischerweise, ich muss hier mal meine Mail, meinen Outlook schließen, die hat typischerweise zwei Segmente, Upstream und Downstream genannt. Im Upstream kann man sich so vorstellen, dass das Öl quasi aus dem Bohrloch nach oben schießt, also Upstream, das ist dann die Ölforderung, und auch dann im Anschluss der direkte Verkauf des geförderten Rohöls, das ist Upstream, und dann haben wir noch Downstream, da ist der Transport dabei, und vor allem aber auch die Verarbeitung, so zum Beispiel Heizöl, Kerosin für den Flugverkehr, oder natürlich Benzin auch. Und das macht den Löwenanteil und Umsatz aus, da habe ich mal hier aus der, ich hoffe, man kann es lesen, Factset Workstation, meinem Datenlieferanten, hier die Umsätze nach den Segmenten für ExxonMobil gezogen, und da sieht man hier, dass Downstream für 200 Milliarden Umsatz verantwortlich war, und auch für den größten Anteil am Gewinn, während Upstream ungefähr nur 10%, also knapp über 20 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat. Dann haben wir hier noch Chemical, das sind also Petrochemie, also Chemie, die ebenfalls mit Erdöl zu tun hat. Hier habe ich noch das Nächste offen. So, und dann haben wir, wo waren wir stehen geblieben? Chemical, genau, Petrochemie, macht auch ungefähr, ja, wie viel war es sagen, Pi mal Daumen 10% vom Umsatz aus. Also das meiste ist Downstream, das heißt dann die direkte Verarbeitung von dem Rohöl und der anschließende Verkauf des Ganzen. Ganz klarer 1 zu 1 Bezug zwischen Ölpreis und Umsatz, beziehungsweise Gewinn gibt es im Upstream, also wenn das Rohöl verkauft wird. Im Downstream gibt es auch einen Zusammenhang, du kennst ja wahrscheinlich von der Erfahrung, dass momentan ja auch die Benzinpreise eher gesunken sind, aber schon der Heizölpreis momentan ist nicht so stark gesunken, weil die Nachfrage ziemlich groß ist nach dem Heizöl momentan, weil wahrscheinlich alle gedacht haben, es wird jetzt günstig werden und alle schon voraus bestellt haben. Man muss jetzt wohl so warten, wenn man den Heizöltank befüllen möchte. Das heißt, hier ist der Zusammenhang beim Downstream nicht mehr ganz so klar 1 zu 1 zu geben wie im Upstream zwischen dem Ölpreis und dem zu erzielten Gewinn aus dem Segment, aber es gibt ihn dennoch, weil im Prinzip der Ölpreis eine direkte Folge des Kontextes der Konjunktur ist, wie das wirtschaftlich läuft und wenn es wirtschaftlich schlechter läuft, dann sinkt tendenziell auch die Nachfrage nach Kerosin, Benzin und diesen ganzen Produkten. Gut, und ebenfalls noch Petrochemie. Ist halt alles zyklisch. Da hast du so viel im Prinzip mal zu Ölaktien erstmal allgemein als Investments, also es ist nicht damit zu rechnen, dass die Kurse von Ölaktien beständig steigen, sondern es ist eher mit einem Auf und Ab zu rechnen, das konjunkturbedingt ist. Und wenn wir uns jetzt ganz speziell Exxon anschauen, dann würde ich vorschlagen, wir machen das mal hier im Aktienfinder. Das Symbol ist Xom, glaube ich. Genau, haben wir hier Exxon Mobile. Du siehst schon anhand der Kennzahlen hier 0,04, 0,31 Stabilität, Gewinn und Cashflow, dass das nicht so dolle ist. Gucken wir uns erstmal hier das Ganze aber mal in den Charts an und dann würde ich sagen, wir ändern mal das Chartlayout und dann siehst du hier zunächst die Umsätze. Du siehst, dass die Umsätze von Exxon Mobile um die Finanzkrise herum hoch waren. Wir erinnern uns, der Ölpreis hat kurz vor der Finanzkrise den Höhepunkt erreicht und dann kurz nach der Finanzkrise diese V-förmige Erholung. Dann war der Ölpreis auch wieder längerfristig hoch und dann ist er jetzt wieder gefallen. Dementsprechend bilden sich auch hier die Umsätze. Und die Margen, wenn wir jetzt die operative Marge anschauen, dann sehen wir, dass die teilweise recht hoch war, bei Spitze ungefähr 17%. Hier ist sie dann schon gesunken, nach der Finanzkrise. Momentan liegt die operative Marge bei unter 3%, 2,85%. Also es ist historisch niedrig und laut Prognosen sollte es noch schlechter werden, soll die operative Marge negativ werden, sondern bei minus 1%, was nichts anderes heißt, dass bei einem US-Dollar Umsatz hättest du quasi 1 US-Cent verloren. Man hat also dann keine Gewinne mehr, sondern Verluste. Das siehst du dann hier. Gewinn pro Aktie wäre dann übersetzt minus 33 US-Cent. Das sieht natürlich nicht besonders gut aus und die ganze Zukunft ist natürlich extrem, mit extremer Unsicherheit behaftet, weil niemand weiß, was so die Corona-Krise in den nächsten Monaten bringen wird. Natürlich gibt es trotzdem eine Schätzung von den Analysten und da soll es dann wieder aufwärts gehen. Dann soll die Marge auch wieder positiv werden und die Umsätze anziehen. Das ist aber natürlich alles ein Stück weit Kaffeesatzleserei, was wir jetzt wissen. Das ist erst mal, dass es zunächst schlechter wird. Also, dass wir hier Verluste machen, halte ich für wahrscheinlich. Wir wissen auch, dass die Dividende nicht gedeckt ist, durch den freien Cashflow nicht, noch nicht mal durch den bilanzierten Gewinn. Wir wissen auch, dass das Management momentan aber an der Dividende noch festhält, im Gegensatz zu Royal Dutch, wo die Dividende jetzt schon gekürzt worden ist. Das Management offensichtlich, und jetzt geht es ja um die Frage, ist die Dividende sicher, er hofft auf eine schnelle Erholung und setzt dann ein bisschen jetzt auch auf Zeit, um hier dann wieder dieses V quasi mitzunehmen und dann eben, dass die Dividende wenigstens wieder zum Teil gedeckt wird, sodass da weniger auf Pump ausbezahlt werden muss. Auf Pump ist das Stichwort. Also wir sehen, es wurde schon in 2019 die Dividende nicht gedeckt. Wenn wir jetzt wissen wollen, ob die Dividende aus der Substanz noch eine Weile aufrechterhalten werden kann, dann sehen wir das in diesem Chart hier. Zuerst gucken wir uns dann mal die Tilgungskraft an. Dann sieht man hier, dass die Dividende längst der Zeit gedeckt werden konnte. Dann gibt es, haben wir hier diesen grünen Überhang. Momentan sind wir aber hier. Das heißt, die Dividende, die bezahlt wurde, wurde ausgeschüttet, auf die letzten vier Quartale bezogen, von 14,866 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow beträgt aber nur zweieinhalb Milliarden US-Dollar. Das heißt, wir haben eine Unterdeckung von über 12 Milliarden, von 12,3 Milliarden US-Dollar. Das ist quasi auf Pump und es wird ja noch schlechter oder noch schlimmer, weil du ja hier siehst, dass der freie Cashflow ja noch weiter sinken wird. Das heißt, die Unterdeckung wird noch größer werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange kann Exxon das beibehalten? Dann kann man ja erstmal schauen, wie viel Cash haben die denn hier oder Wertpapiere, die schnell zu Cash zu machen sind. Und dann steht der Unterdeckung in Höhe von 12,3 Milliarden, steht da Cash in Höhe von 11,4 Milliarden entgegen. Das reicht aus der Sicht nicht mal für ein ganzes Jahr und wenn sich die Situation dann noch entsprechend verschlechtert, dann eben noch kürzer. Wie oft werden Dividende ausbezahlt? Ah, ist ein Amerikaner, das heißt viermal, muss ich gar nicht gucken. Das heißt, das reicht dann hier für drei Quartale, wenn es noch schlimmer wird, nur noch für ein oder zwei Quartale. Wenn wir jetzt aber mal gucken, das heißt, wir brauchen dann Schulden, um die Dividenden zu bezahlen. Das ist dann das, was Dividendenkritiker als linke Tasche, rechte Tasche bezeichnen, auch zu Recht. Dann haben wir noch Verlustgeschäfte im Prinzip aufgrund der Steuer, die wir bezahlen müssen. Aber nichtsdestotrotz, das wäre eine Möglichkeit, damit das Management Dividende aufrechterhalten kann, also höhere Schulden. Und dann müssen wir mal gucken, wie die Schuldensituation momentan aussieht. Da kann man jetzt die kompletten Schulden, also die kompletten Verbindlichkeiten, einblenden. Die betragen 167 Milliarden US-Dollar, sind also, wie du siehst, deutlich höher als die liquiden Mittel des Unternehmens. Ist aber auch nicht ungewöhnlich. Dann haben wir hier noch das, das muss ich jetzt Kernvermögen bezeichnen. Das heißt, fast die kompletten restlichen Vermögenswerte, Immobilien, Bohrlöcher, wie heißen diese Dinger, die Schürfrechte, hätte ich jetzt fast gesagt, für Öl und so weiter. Und dann haben wir hier aber ein Kernvermögen von 344 Milliarden. Dann siehst du, wird der rote Balken hier doch deutlich überschritten. Mit anderen Worten, da sind durchaus noch ein paar Milliarden Euro Schulden drin. Interessant übrigens auch Treasury Stocks. Siehst du, dass die fleißig eigenen Aktien zugekauft haben. Hier siehst du aber jetzt mal deutlich, dass da noch Schulden zu machen wären, um diese Geschichte von linke Tasche, rechte Tasche, also Dividenden quasi auf Pump, noch etwas aufrecht zu erhalten. Bleibt also festzuhalten, sicher ist die Dividende nicht. Momentan hält das Management daran fest. Sicherlich in der Erwartung einer v-förmigen Erholung. Je länger die Corona-Krise anhält und der wirtschaftliche Abschwung anhält, umso mehr wird die Dividende natürlich wackeln. Interessant jetzt auch die Bewertung von Exxon, was auch ein Stück weit unabhängig von der Dividendenrendite erfolgt, wobei wir zuerst gerne die Dividendenbrille weiterhin aufrecht lassen können oder tragen können. Und dann siehst du ja hier erst mal, wenn wir gucken, ob Exxon günstig ist anhand der Dividendenrendite, dann ist die Aktie quasi spottbillig. Haben wir hier eine Dividendenrendite von 8,3% hier angezeigt. Und dann siehst du, dass es in der Historie so gewesen ist, dass die irgendwo zwischen 2 und 3% gelegen hat. Sehr lange Zeit. Dann mal kurz zwischen 3 und 4%, dann etwas höher. Und hier war eine deutliche Überdividendenrendite. Jetzt muss ich mal kurz was gucken, weil ich doch vorhin gesagt hatte, dass die Dividende bei niedriger wäre. Hier liegt sie bei 8,3%. Nee, dann passt das ja. Ich dachte, ich hätte hier einen Widerspruch. Aber da habe ich mich wohl vorhin getäuscht. Gut, also 8,3%. Aus dieser Sicht sieht die Aktie sehr günstig aus. Wäre also ein Kauf. Hier siehst du noch die Dividendentreppe. Da sind die einzelnen Dividendenzahlungen abgetragen. Siehst du, dass wir hier eine zuverlässige Dividendenzahlung haben von Exxon Mobile. Das sieht man auch anhand der Stabilität der Dividende. Sogar 0,99. Also ein extrem stabiler Dividendenzahler. Exxon Mobile ist auch ein Dividendenaristokrat. Macht auch verständlich, warum das Management Wert legt eben auf eine glatte, saubere Dividendenhistorie. Und erst mal versucht, die Dividendenhistorie quasi zu retten, indem sie ein bisschen auf Zeit spielen. Du siehst aber auch hier, ich hatte es schon erwähnt, die niedrige Stabilität des Cashflows und des Gewinns. Der operative Cashflow hier ist ein bisschen stabiler. Und das ist jetzt auch wieder die Überleitung zur Bewertung hier. Das hier ist, sage ich jetzt mal, so eine Pi mal Daumen Bewertung, wenn man sich das anschaut. Da sieht es ja erstmal günstig aus, die Aktie. Aber das passiert halt nur auf der Dividende. Wenn wir hier die Bewertung machen wollen, ein bisschen professioneller, dann sollten wir noch die Gewinnentwicklung und die Entwicklung des Cashflows mit zur Rate ziehen. Und das kann man hier machen, in der dynamischen Aktienbewertung. Und ich möchte hier die Bewertung ausführen für den kompletten Zeitraum. Beginnend ab dem Jahr 2000, weil der schon repräsentativ ist, der komplette Zeitraum für das Unternehmen. Ich blende den fairen Wert basierend auf dem bilanzierten Gewinn aus, weil der noch unstabiler ist, also fairen Wert basierend auf dem operativen Cashflow. Je unzuverlässiger sich die Gewinn- und Cashflows, Dividenden entwickeln, umso unzuverlässiger die Berechnungen des fairen Werts. Hier würde ich mal sagen, geht es noch, weil du erkennen kannst, dass es durchaus einen Zusammenhang gibt zwischen dem Kursverlauf und dem Verlauf des operativen Cashflows und davon abgeleitet dem Verlauf des fairen Werts basierend auf dem operativen Cashflow. Und interessant ist dann natürlich die aktuelle Situation. Und wir haben jetzt einen Aktienkurs von ungefähr 42 US-Dollar. Wir waren schon mal deutlich höher bei ungefähr 90 US-Dollar. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob die Aktie ein Schnäppchen ist, ganz unabhängig von der Dividende. Und die Antwort lautet, nein. Wir haben jetzt hier zwei faire Werte, die man zur Rate ziehen könnte. Wir haben einmal den letzten fairen Wert, basierend auf den letzten Ist-Zahlen, der letzten vier Quartale. Das wäre dann zum 31.03.2020. Das ist also das letzte Quartal, das bekannt gegeben wurde. Und da wäre dann der faire Wert liege da bei 62 US-Dollar. Danach wäre die Aktie also jetzt sehr günstig mit 42 US-Dollar zu 62 US-Dollar. Also wäre die Aktie unterbewertet. Jetzt haben wir aber hier die rasante Verschlechterung aufgrund des Corona-Crashs. Das heißt, diese Vergangenheit hier spielt meines Erachtens keine Rolle mehr, weil sie nicht mehr stellvertretend steht für die aktuelle Situation. Die aktuelle Situation hat sich dramatisch verschlechtert, sodass hier die Prognose für das laufende Geschäftsjahr wohl deutlich näher an der Realität liegt, sodass wir eben entsprechend auch diesen fairen Wert, würde ich vorschlagen, zur Rate ziehen. Und dann wäre die Aktie jetzt nur noch mit 37 US-Dollar fair bewertet. Und jetzt ist die Aktie bei 42 US-Dollar plötzlich überbewertet. Das heißt, Exxon ist aus dieser Sicht kein Schnäppchen, sondern trotz des Kursverfalls immer noch leicht überbewertet. Wir haben hier auch einen fairen Wert Dividende. Ich blende den mal spaßeshalber ein. Und da siehst du, dass der faire Wert Dividende, da wäre die Aktie 126 US-Dollar wert. Warum ist das so? Weil für den kompletten Bewertungszeitraum, den ich hier jetzt ausgewählt habe, da liegt die historische Dividendenrendite bei 2,8%. Das siehst du hier. Und momentan wirft Exxon 8,3% Dividendenrendite ab. Das heißt, hier aus dieser Perspektive, das ist im Prinzip die Perspektive des Dividendenturbos, wenn du so willst, ist die Aktie quasi spottbillig. Aber das würde ich nicht zurate ziehen. Ach ja, habe ich vergessen, hier was anzustecken, aber das Video wird nicht mehr so lange gehen. Wir werden es überleben, beziehungsweise mein Laptop wird es überleben. Gut, da kommen wir am besten gleich mal zum Fazit, bevor ich hier vor dem schwarzen Bildschirm sitze. Für mich ist die Aktie jetzt spekulativ. Also es gibt einen Punkt pro Exxon, wenn du spekulativ unterwegs bist, hätten wir eine v-förmige Erholung, dann könnten wir nämlich mit fast einer Kursverdoppelung rechnen. Dann würde nämlich auch der operative Cashflow, so wie hier prognostiziert, sich wieder erholen. Und dann könnte man quasi den Aufschwung voll mitnehmen. Das ist aber aufgrund der hohen Unsicherheit eine reine Spekulation. Als Investment wiederum halte ich Exxon nicht für besonders attraktiv, weil wie du hier sehen kannst, der Kurs hat sich in den letzten 20 Jahren im Prinzip seitwärts entwickelt. Und ich habe es ja schon erklärt, der Kurs hängt ja im Prinzip mit dem Verlauf des Ölpreises zusammen. Und das ist halt ein Auf und Ab. Insofern fallen dauerhafte Kursgewinne quasi schon aus. Hast du nur noch die Dividende, die im Prinzip dann für den Löwenanteil langfristig gesehen jedenfalls der Rendite verantwortlich ist. Ist auch hier so, Kursgewinn negativ. Du hast dann eine Dividende kassiert und hast dann aufs Jahr eine Rendite erzielt von 3,2%. Aber 3,2% ist halt unterhalb dessen, was der breite Markt hergibt. Deshalb für mich wäre Exxon Mobile jetzt nicht so interessant. Ist aber nicht schlimm, denn es gibt ja noch viele andere Aktien im Aktienfinder. Kannst du einfach mal anschauen. Ich würde lieber ein paar Prozentpunkte von der Dividendenrendite runtergehen und mir dafür Unternehmen mit einer stabileren Gewinnentwicklung ins Depot legen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt schnell ausmachen und das Video speichern.